Zusatzfrage Was sagt die Kirche zu Sterbehilfe? Also ich selber betrachte das so und auch die katholische Kirche betrachtet das so, dass es den prioritären Wert, also den ersten Wert gibt und das heisst das Leben. Und ich meine, dass wir fragen müssen, wenn es um Sterbehilfe geht, welche ist es? Also Aktive sage ich nein. Wir dürfen einen Menschen nicht töten. Einen sterbenden Menschen kann man begleiten, dann ist das ein Gebot der Liebe. Uns geht es um die Betonung des Wertes des Lebens und dort kommen halt Faktoren in eine Selbstbestimmung versus dem, dass wir halt dann doch auch glauben, das Leben ist ein Geschenk. Das sind nicht zwei Seiten dieser Waage, wo man immer ein bisschen was im Blick hat, und da denkt es mich, weil ich verurteile es nicht. Ich kann aber auch nicht sagen, dass ich es in allen Detail verstände. Also ich würde niemanden zurückweisen, das kommt für mich nicht in Frage, sondern ich würde mit dieser Person schauen, welche Form der Begleitung ist angezeigt. Das ist ein Handeln greift. Vielen Dank.